wo hängst du? was ich mal sagen will wie... was ich gerade sehe? was ist mit meiner Höhle gerade? ich will mit dir vom Berg fliegen da unten ja ich bin in den Rotor gefallen nein schon wieder warum? wie zu Ende kommst du in den Rotor? irgendwie hochgeschaukelt also wir müssen das Seil wesentlich länger lassen oder du schaukelst dich nicht hoch das war kein Absicht ich hab nichts getan das muss ich auch nochmal testen na Adler? ja kommst du der holt sich in den Ziegel geil fang ihn ab er hat zumindest die Züge losgelassen komm nicht hoch versuch'n wir's nochmal mit dem Fahrstuhl ich bin dran ja das ist mir doch nicht ja nur du noch lange jes verdammt hätte ich sie nicht verraten Oh, das sieht doch aus, ich hätte so einen Kopf im Rotor. Ich glaube, es ist gar kein Rotor, ich habe Angst. Die sollen für Bellen hält, ich bin schnell weg hier. Denn jetzt kriegt das wie ihr mal. Sieht tatsächlich aus, ich würde es schon mit dem Rotor weiß. Ich habe Grundschirm versucht, feiern die Verlösen, die wir uns anbieten, 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 die wir uns anbieten. Was ist denn, Affen? 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 Geht doch. Die geben sogar Felze. Wow! Warum ist der Affe explodiert? Hast du eine Granate geworfen? Ne, ich habe nur mit einem Pfeil geschossen und es explodiert. Hast du einen Explosivpfeil benutzt, oben? Hier vorne ist ein Tapir, den du looten kannst. Wenn du sie looten kannst. Ich loot den Affen. Oh, nur beschädigtes Fell, aber das war irgendwie zu erwarten. Ich habe den nächsten Tapir. Kann man was mit den Affen fällen anfangen? Ja, ich habe das gefällt. Ist das eine andere Tapir hin? Ja. Ich denke dann, dass du wieder auf normale Pfeile wechselst. Ich höre es ja gar nicht, wie man denkt. Wenn man mir nie keine Pfeile zu tun findet. Oh! Ich bin Bogenmeer. Jetzt mit der perfekten Pfeil hinterjagen. Ja, ah! Ich glaube hier oben gab es auch noch welche. Oh, Honey Badger. Brauch ich jetzt. Ja. Da hatte ich ja schon ganz viel unterwegs erledigt. Deswegen konnte ich gleich alles bauen. Ich bin das eingetroffen. Hier gab es auch Tapir vorhin. Die sind nicht markiert. Hier gibt es die Affen. Guck mal hier hoch, Scrappy. Ich habe da noch Tapir. Was hast du getan? Nichts, nichts. Ich sag so viel. Der Schwuchflin in den Kopf hat sich jetzt tödlich herausgestellt. Für einige Person. Nein, nicht. Wie mein Äpfchen? Was schießen die hier? Da nimmt ja irgendwas her. Und schießt in die Bäume. Oh, wir sind ausgestiegen. Da ist ein Auto. Oh, Badger. Ich bin in hier. Ja. Bei mir stehst du hier einfach. Wenn du mit dem Auto steigst du raus? Nein, du gleitest bei mir. Jetzt läufst du wieder normal. Wenn ich jetzt in dieses Auto einsteige. Da ist kein Auto bei mir. Das erklärt. Jetzt rutschst du wieder über den Boden. Runter! Runter! Aber ich musste ziemlich schnell rutschen, oder? Ja, ziemlich schnell. Ich musste ein paar Wölfe rutschen. Okay. Das sind keine Wölfe. Das sind für diese wilden Hunde. Die Frau ist trotzdem rot, aber ich bin nicht sicher, ob ich sie erfischt habe. Es ist zumindest keiner beschwert. Ich bin auf jeden Fall ein Comicbuch, weiß ich. Wie bei dir. Du hast andere Fahrzeug suchen, was du aufhast. Ja. Gut. Ich rutsche mit dem nicht vorhanden. Dann bin ich hierher. Geisel. Töte die Wachen. Rette die Geisel. Ja, okay. Ich will das machen. Ei! Hold on, hold on! Einen habe ich gerettet. Get away from me! Get away from me! Du solltest er verschwinden. Get away from me! Die Sonne sollen Autos gehen. Nein, der ist. Gott. Hier war man schon. Ist das Gott bei dir da? Ja. Runde! Oh. Ich sage einfach, das waren die Hände. Der andere wollte dich auch holen. Au! Ich habe Blood in meinem Mund. Ich habe Blood in meinem Mund. Hier ist es. Es ist official, das ist Blood in meinen Händen. Das ist passiert! Du bist Elvis. Wolltest du denn Geisel? Die habe ich doch gerade schon befreit. Das war ein Karma Event. Das war ein Weg. Das war ein Weg. Wollt man die anderen Geisel. Ja, ist okay. Ähm. Das ist ein Wegpunkt verschwunden. Gleich! Wenn du und wie ich pumpst, verschwindet einer. Du dreh mal um, da war ein Tiger. Kein Tiger? Perfekt abgekürzt. Das Rot qualmt auch so ein ganz kleines bisschen. Rechts war ein Papier. Papier, aber... Jetzt mal von hier oben gucken, was da unten los ist. Da waren wir doch eben schon, oder? Wir müssen die... Ach, wir müssten ja die Mission erst annehmen. Ja klar, das ist wieder das Camp. Ich dachte jetzt, hier wären schon die Geiseln. Wollen wir lieber irgendwo, wo wir noch nicht waren? Der nächste Radioturm erstmal aufdecken. Joa, wo ist der? Ich hab ihn markiert. Wir sollten mal den... Was ist Gott? Das weiß ein bisschen sehr. Lass doch von den Jeep nehmen. Nö, hier hinten ist doch wieder der Heli. Was fliegt? Diesmal lass mal ein bisschen mehr Seil. Ach... Das klappt doch gut. Beeeeeee... Ubisoft. So. Vielleicht jetzt nochmal? So tiefer ein Stück. Ja. So. Okay. Das sieht besser aus. Boah, das geht schon wieder los. Ich setz dich... Ich setz dich direkt... Ich bin über dir! Oh nein! Nein! Ich versuch dich oben abzusetzen. Wenn wir nicht vorher wieder explodieren, wenn wir nur oben sagen. Boah! Aber dies muss es seit langem machen, dass wir nur einen Rotorflieger. Ich schließe auch. Das ist ja nicht in der Fing. Warte! Höher! 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 Ja ja! Da! Ja! Sehr gut! Wir sind jetzt kaputt! Ja! Ja! Wie geht das kaputt? Ja! Boah! 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 Oh! Boah! Mein Akad fliegt weg. Oh! Mein Schatten hat sich noch bewegt. Ich hoffe, wenn ich drückt jetzt. Ja! Das geht wahrscheinlich nicht davon aus, dass du den Deck versteckst. Auch einen Leichenhaufen. Ja, auch einen Leichenhaufen machen. Das heißt, er sagt, holding hier hin. Ha! Spann ich auch hier! Wo ist der Helikopter? Du bist hier so öfter! So, wo war der T-Shirt-Bau? Panzer-Nason! Wollen wir zum Panzer-Nason? Weißt du wo der ist? Weißt du wo der ist? Na dann los! Du f*** aus! Deswegen hat ja alles gebrannt! Ok, wo geht's lang? Wir müssen uns verfolgen! Über diese T-Shirt-Bau? Ok, weiter mit Fastbrook. Fast schon elegant. Da vorne über den Tüten drüber? Wir müssen hier sowieso von der Straße runter. Irgendwie da jetzt den Berg hoch. Ah, ich seh's. Ich mein, wir könnten auch fahren, aber... Ah, hier kann man klettern. Ich kletter auf deinem Rücken! Toll, du hast wieder für zwei klettern. Ich muss übrigens den Tiger... Was? Ich muss den Tiger übrigens töten. Geht's auch? Da ist er. Weil ich keinen Bogen hatte. Weil noch zwei Fälle... Weil noch zwei Fälle... Da ist er. Ich kann den... Ich mein, ich kann ihn anzünden. Ich bin gleich zum Teil. Ich höre doch schon Pfeile. Ah! Was war das? Ein Adler? Ich glaube ja. Ich könnte nicht kieschen. Wenn man das Messer schneidet, sieht man die Wunden die man schneidet. Ok, haben wir jetzt mit dem Messer einen Nashorn erledigt? Ne, wir gehen jetzt hier weiter in die Höhle, brauchen wir noch mehr Tiger sind. T-Shirt, jetzt kann ich aber nur noch, dann huuuh, Kiste. Hier ist noch ein Bogen, ein Schrummflitz. Ein Schrummflitz, kein Opener. Feile! Eine Fernbedienung, ein Schwarzmachtspiel. Das ist ein bisschen mit Feilebogen oder Schwupp. Oh, das war nur ein Betauber. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir hier? Dort haben wir es aus das Nashorn. Asian Reno. Er sagte, es wäre auf der anderen Seite des Flusses. Schweine! Mach die, wir eine Schweinerei machen. Schweinerei! Hod cadeeeee! Ja막, Couple of them! I got them! Sam, I'm going in the jerky! Haaaa! Haaaa! Haaaaaa! Ah호�aw! Tya! Tja! Ohら jetzt doch gewonnen, ich würde erwischen. Hochzoa! Nja! Ah! Ah! Das Feuer baut sich aus. Würdest du mich nicht auflicken? Ah, schnell weg. Das Feuer greift jetzt wieder aus. Belebt mich doch mal bitte wieder! Du hast noch jede Menge Zeit. Au, das wird weniger mit auf mich. Echt? Nee. Aber der Counter ist nicht runtergegangen. Ah. So. Ich finde, wenn wir auf die andere Seite von diesem Fluss müssen, dann schwimmen wir auch. Ich meine, was soll schon passieren? Krokodile? Uh, Hirsche! Willst du mich fleddern? Dann mach ich das nicht. Ich würf dir lieber Fleisch her und guck an, wo's kommt. Schnee-Leopard hab ich schon angefangen. Hä? Ah! Kommt da jetzt? Ah! Wolf! Okay, hier soll's also diese Nashörner geben. Hier im Wasser. Ich hab' mal runtergetaucht, aber ich seh' hier noch keine... Ah! Irgend'n großer Fisch. Ich seh' eins. Der mir den Finger gebrochen hat. Unter Wasser? Nee, über Wasser. Links von dir. Ja. Ja. Hat so. Was? Kann ich keine Fotos machen? Ich hab' ein zu kleines Horn, das sieht mich trotzdem. Haha! Und greif' dich an. Schieß! Nee. Jetzt war'n nicht. Kann sich nicht schnell wieder drehen. Oh, doch. Jetzt kann es das. Oh, wirklich! Ja. Du bleibst von hinten an. Wie lebst du wieder? Ja. Was? Du lebst wieder? Von nicht tot. Achso. Haha. Du richtest gerade den Arm. Ja. Verbündlich. Haha. Was machst du da im Schritt des Nashorns? Im Schritt? Ja, du hast gerade den Schritt drauf gemacht. Wann war das am Hals? Da suchen wir mehr davon. Ganz einfach. Das hier für Ameisenhügel. Da ist wieder eins. Und noch eins. Wir werden was mit Fleisch. Oh, da kommt ein Bär. Jetzt hast du ein Bär noch auf die Nasehalle gegangen. Wird das ein sauberer Skin, wenn... Jetzt die Nasehörner. Du Arsch. Wenn du den Bären geflattert hast... ...das Fleisch an den Hinterkopf geboren. Oh, mein Gott. This thing is like all blood. Ah! Haha. Nein! Nein! Jetzt habe ich keine Munition mehr. Who has two thumbs and a backpack full of animal parts? I do. Nasson! Bein, Nasson. Schaffen wir zwei? Sicher? Wurfmesser! Messer! 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 Und das Nasson! Ist beim Meinen. Ich will nicht da drangehen. Ich brenne! Ich brenne! Ich wollte gerade sagen, ich wollte nicht da drangehen. Ich habe mir zweimal die Hand wieder eingerenkt. Es hilft auch, wenn man geplant hat. Während man brennt, passiert das schon mal, ne? Während man brennt, passiert das schon mal, ne? Jetzt kann ich jetzt... Oh, mehr! Springstoffe! Ah, ein Schneeleopard brauchen wir jetzt. Warte, ich glaube, damals kann ich dir helfen. Ja, das sieht gut aus sogar. Komm her! Komm her! Komm her! Oh, Schildkröten! Haha, ich habe sie nicht vielleicht gebraucht. Ah! Mein normaler Leopard, kein Schneeleopard. Willst du einen Geheimtipp? Wenn du Schildkröten häuten willst, musst du nur mit einer Schrotflinte da reinschießen, wo ihr Kopf sein müsste. Angriff! 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 Oh, ich bin der normale. Wunderbar. Hast du noch... Oh, ich kann einen schweren Munitionsgurtel herstellen. Oh, ich kann einen schweren Munitionsgurtel herstellen. Oh, hier ist noch Fleisch. Angriff! 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 Funktioniert das so bei Schildkröten am besten? Dass man das Mixer oben durch den Panzer rannt? Wie sieht dieser Baum hier bei dir aus, auf den ich gucke? Ähm... Ja... Okay, bei dir auch auch! Das sind ganz viele... ...abgerannte Reste in der Luft. Ne, in Mücke. Das ist alles Mücke. Oh, wie geht die Todflinten-Molition aus? Äh... Vielleicht 10 Uhr. Oh... Ups! Do you want to get stabbed? Ha! Heinz! Äh... Ah! Ah! Das sah jetzt aus, als hättest du ihn umgetreten. Oh, ja! Oh, God! Oh! Oh! Das ist eigentlich ein Pepito Mobili. Wir müssen einfach nur stehen und immer wieder G drücken. Äh... Granate, meine ich. Ja, schnell. Uh! Level ab! Ja! 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 So einen Fähigkeitspunkt erhalten. Oh, ich hab auch 3. Gib mir mal ein bisschen Fleisch. Ja! Okay! Ha-ja! Ausgebremst! Du hast ihn gebremst, hier hab ich heute besser nachgestochen. Ah! Ja! Ja! Mit ja. Hä! Ja! Double Skin. Du hast gut auch daran! Als Entschuldigung- für die Margraete, die ich ihr ins Gesicht gehalten habe. Mit... geschwindigkeit der scharfen seite zuerst könnte die munition geben könnte ja auch welche geben ich habe keine hier kriegst du welche monotovs nein ich habe keine gehabt was kann er doch ich habe tatsächlich einen monotov das mit zwei gegeben ich werde tiere anzünden los wird man fleisch ich hab keins mehr das war das in den im wald ich bin auch was er hin gerannt er Das ist ein Molotow vor, Martin. Ja, da ist er. Hilf dir! Erfisch! Sehr gut. Wie will das? Granaten angeln? Ich will diesen Berg hochsliden. Schnee-Leopard! Brenner Schnee-Leopard! Nein! Ich hab ihn! Oh, ich hab's überlebt. Ich bin da aufgestanden. Alles gut. Ich hab nur ein paar Schrapenelle. Ah, ich brenne! Sehr gut. Brenner auch, hab ich gesehen. Da war ein Geier. Kleiner verbann. Da war ein Geier bei uns am Leichenhaufen. Ah, das Feuer kommt immer näher. Du musst dir gucken, wofür gebrannt hat. Ja. Ja, das... Einig ist der Haufen. Jetzt wächst's hier nach. Kann man dir da schön was anbauen. Oh mein Gott, so viel Flüge, warum ist so viel Flüge? Hast du ihn schon geklettert? Kann sein, dass der das hier war. Nee. Dann geht er weiter vorne und schade, dass man die Tierleichen nicht beschieben kann. Ah, das hat er bei mir funktioniert wohl anscheinend. Ja! Den größeren Köcher jetzt brauche ich. Auch Honey Badger. Tiger, noch ein Schnee Leopard. Yax. Clouded Leopard, da hatten wir doch schon welche von euch wieder. Nochmal Yax. Oh, Schweine. Schweine, normale Schweine. Vier Rhinos. Und auch Honey Badgers. Machen wir morgen damit weiter? Hast du noch Fleisch? Nein, warum bist du nicht da? Übermorgen, was? Hast du noch Fleisch? Nee. Ich auch nicht. Wird Fleisch los. Ja, dann ist das ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Ich mein... Wir sind die besten Jäger ever, oder? Nee. Ja. Ah! Direkt von unseren Leichen! Nice, Geier! Uh! Das wollte ich noch die ganze Zeit ausprobieren. Nein. Das darfst du. Achso. Wenn wir das oben im Gebirge machen, wird das dann ein Stehballschlacht. Was denn nicht? Da liegen ziemlich viele Steine. Meinst du, er geht die Performance in den Arsch? Probieren wir's aus. Ja. Stopp. Das ist... Man sieht den da. Friend. C'mon. Okay. Einer hat hier bei mir noch den Fußstrahl. Ja. Bei mir auch, die stehen hier hoch. Die verschwinden aber gerade, die Steine. Oh, schade. Hast du nicht Afterburn an, dass du einen Screenshot machen kannst? Ich nehm die schon seit einiger Zeit auf. Achso, wunderbar. Dann... Season Quit.